so liebe freunde weiter geht's mit der e-serie entwicklungsfahrzeuge ist diesmal das thema e 10 haben wir fertig jetzt kommt der nächste der e 25 von trumpeter also der e 25 ist ein fahrzeug was auch im entwicklungsstadium gewesen ist und über das entwicklungsstadium leider nicht mehr herausgekommen ist warum habe ich schon beim e 10 gesagt der krieg waren auch immer zu ende aber es gab eben diese entwicklungen schon um dann eben auch das ganze zu vereinfachen was ressourcen eins sparen sollte dann auch sollte es dann vereinfachen die reparatur und auch die ersatzteil beschaffung weil viele viele teile untereinander ausgetauscht werden konnten wie zum beispiel hier fahrwerksteile konnten mit dem e 10 ausgetauscht werden etc gut der e 25 hat eine 7,5 cm panzerabwehrkanone bekommen sollen und war eigentlich genau dasselbe ding wie im e 10 auch drin da konnte man schon wieder teile tauschen aber er war halt eben ein bisschen schwerer hatte wahrscheinlich auch einen anderen motor kriegen können und dementsprechend auch schneller gewesen gut boxart haben wir hier einmal so von der seite von vorne pe teile sind auch wieder mit bei und auf der anderen seite haben wir dann hier wie denn das fahrzeug im zusammengebauten zustand aussieht schöne sache und dann schauen wir einfach mal rein es gibt wieder ein paar schöne überraschungen da drin was sich überraschen so liebe modellbaufreunde so sieht die box von innen aus auch eine schmale box aber voll gefüllt so wie ihr es von mir schon wisst und auch gewohnt seid fangen wir wieder an mit unserer bauanleitung das brauche ich mittlerweile auch nicht mehr zu erzählen was das ist wir fangen gleich mit unserer teile übersicht an und dann geht es auch schon gleich los einbau fahrwerk es ist fast genau dasselbe fahrwerk wie beim e 10 nur das ist nicht mehr absenkbar die e serie hat sich ja auch so ein bisschen jetzt herauskristallisiert dass die von der von den normalen von der normalen federung abweichen und zwar die normalen panzer haben eben diese drehstab federung gehabt und die e serie geht auf auf andere ja schwingungsdämpfungs und andere federsysteme um einfach im panzer mehr platz zu bekommen was dann halt eben mehr also bessere gewichtseinsparung ist und dann auch wahrscheinlich dann mehr platz im kampfraum für mehr munition so steht zumindest im internet aber es ist auch ein bisschen sinnvoller so dann haben wir genau dasselbe fahrwerk also genau dieselben laufrollen wie beim e 10 dann haben wir auch wieder sehr löblich zwei verschiedene varianten der kette wir haben einmal die kette als vinyl teil und wir haben es einmal als einzelglieder kette und hier 75 glieder brauchen wir pro seite dann haben wir dann ein bau der kette antriebsrad spannrolle denke man damit ist auch die unterwanne erledigt genau dann geht es weiter mit der oberwanne luke vom fahrer einbauen sicht sicht teil vom fahrer einbauen dann richtschütze und kommandanten luke dann haben wir hier ein eine variante die wir dann auswählen können und zwar haben wir zwei verschiedene dach luken also dach oberteile wir haben einmal hier das normale mit zwei luken und periskop und wir haben dann auch noch die variante dass hier oben ein sekundär geschütz einbauen können nur was dann nach links und nach rechts drehbar ist und nach oben und nach unten schöne sache so und wie gesagt das können wir dann hier aufbauen und können uns dann halt eben auch suchen was wir haben möchten dann haben wir die heckplatte mit motor lüftung und so weiter eben ein bisschen anders wie beim e 10 denn beim e 10 hatten wir dann eben lüftung und so weiter komplett obendrauf und nicht so abgeschrägt und hinten halt dann eben auspuff hier haben wir dann auch wieder einen ein auspuff system wo wir dann hier links und rechts die auspuff teile haben und in der mitte kommt noch mal ein sogenannter flammen vernichter weil ja meistens hier dann noch flammen rausgeschlagen sind und die wurden dann hier dann im auspuff topf dann vernichtet ja wagenheber wird angebaut werkzeug wird angebaut und dann die oberwanne auf die unterwanne und dann noch schutzbleche obendrauf aus pe da muss man halt eben mit einem mit dem kugelschreiber hier ein bisschen struktur reinbringen und scheinwerfer ran holzklotz für den wagenheber und dann kommt die bewaffnung ran die 7,5 cm panzer abwehrkanone die wurde dann eben zusammengebaut ist auch in alle beiden richtungen schwenkbar hoch runter sowie links und rechts und dann ist eigentlich der panzer fertig ja genau das war es dann schon ein kleben fertig kommen wir zu unserem bemalvorschlag gibt leider nur einen aber das ist eben ein sogenanntes what if projekt das heißt also ihr könnt euch dann auch noch aussuchen was ihr haben möchtet hier diese na dieser bemalvorschlag der sieht schon so ein bisschen aus wie der vom e 10 also kann man das auch ein bisschen verändern wenn man möchte wenn wir uns hier die silhouette angucken ist er doch schon sehr breit die ketten kommen schon dem panther dann gleich also ich denke mal die ketten sind genauso groß wie die vom panther er ist auch nicht mehr so schmal und nicht mehr so hoch wie der wie der e 10 wenn er dann hochgefahren ist also der ist dann schon wesentlich massiver ist also dann jagdpanzer standard dann also jagdpanzer 4 etc das wäre dann der würdige nachfolger vom jagdpanzer 4 so dann haben wir mit der oberwanne an sage und schreibe wir hauen es mal hier an etwas mehr als 9,4 zentimeter weit und in der länge so sagen 14 zentimeter lang also mittleres panzer format dann haben wir hier auch schön dargestellt wieder unsere schweißbrennerspuren vom ausbrennen der stahlteile so und wir haben hier auch noch schweißnähte wie sich das dann so gehört hier sind die brennerspuren und auch eben ein paar details wie zum beispiel hier für die seitenschützen die montage vorrichtungen schweißnähte sind auch immer so ein thema mal sind das zu viel mal sind das zu wenig ich selber bin vom beruf schweißer und bei modernen fahrzeugen findet man kaum noch so eine schöne grobe schweißnaht weil eben die schweißverfahren sich geändert haben und wir machen auch die schweißnähte mittlerweile schön glatt dass man die halt eben kaum sieht so unterwanne ist ganz sporadisch hier haben wir dann eben nicht mehr dieses feder und nut system wie wir das bei den anderen panzern kennen sondern hier wird einfach die federung reingesteckt und dann kommt dann die laufrolle oben mit drauf und fertig schön dargestellt sind hier eben die schrauben köpfe und die muttern die wir hier haben echt schön dargestellt hier seht ihr es ne also das ist echt klasse ansonsten ein sehr sauberer guss ohne verzug und ohne fisch heute und so weiter das gefällt einem das kann man so lassen das sieht gut aus kommen wir dann erstmal zu unseren kleinteilen haben wir hier ich glaube da brauche ich nicht näher darauf einzugehen wir haben halt eben bord werkzeug antenne hammer kurbel schaufel axt s haken wie beim e 10 ist das jetzt genau dasselbe hier dann haben wir hier den wagenheber feuerlöscher et cetera kennen wir alles sauber gemacht hier eben noch mal bei sind sehr filigranen teil haben wir dann hier noch mal eine extra ein extra auswurf teil noch mit dran dass hier eben kaum was beschädigt wird kommen wir zu unserer zu unserem federmechanismus das federmechanismus ja also die federung des fahrzeuges und die dämpferung des fahrzeugs haben wir zweimal hier so dann haben wir hier unsere antriebs rolle und unsere spannen rolle haben wir hier einmal auch schön mit den muttern hier dargestellt dann haben wir hier schon die auspuffanlage lüfter haben wir hier und unsere spannen rolle und dann kommen wir dann hier winkelspiegel haben wir hier und dann ist das hier das feder und dämpfungssystem wo dann die laufräume dran kommen auch in ordnung ohne nennenswerte ja ohne nennenswerte auswurf marken die auswurf marken kommen da natürlich wieder hin wo sie hingehören nach innen so muss das eben auch sein so dann haben wir hier unsere heckplatte dann haben wir hier die platte die quasi auf den rücken von dem panzer kommt und wir haben dann hier die erste variante für unser dach wo dann hier die sekundärbewaffnung drauf kommt das andere mg wir haben hier ein einteiliges kanonenrohr das ist eine schöne sache das tun wir auf jeden fall uns nicht mehr so schwer mit spachteln und leifen wir haben einen leichten grad hier drin was aber weg zu schleifen ist das ist kein problem dann haben wir den flammvernichter hier hinten mit bei wir haben dann eben hier die teile für die kanone und wir haben hier unsere blende der kanone auch schön in groß struktur dann haben wir hier einmal aus plastik haben wir hier schutzbleche die wir dann nicht bearbeiten müssen im pe zeige ich sie euch noch mal und wir haben dann hier noch die andere blende der kanone wo dann vorne die saugkopf blende mit ran kommt auch in einer richtig schönen dargestellten struktur schön auch zu sehen ist hier dieser holz unterlegt klotz für den wagenheber der auch eine holzmaserung struktur ein bisschen mit bei hat das ist in ordnung das ist formbau so wie wir ihn haben wollen und dann haben wir hier noch eine andere variante der lüftung und auch die andere variante des daches wurden halt eben die luken mit dabei sind und nicht mehr dass die sekundärbewaffnung auch ohne nennenswerten grad ohne fisch heute etc das ist echt schön gemacht und wir sehen hier auch schöne dicke fette muttern dazu schrauben köpfe weil das eben alles schön verschraubt wurde das sieht klasse aus können wir auch so lassen ok weiter geht's das kennt ihr vom e10 das ist genau dasselbe weil nämlich der e25 genau dieselben laufrollen hat wie der e10 das ding kennt ihr vom e10 bausatz dementsprechend brauchen wir da auch nicht weiter einzugehen das ist auch alles eben schön sauber gespritzt und alles super brauchen wir auch nicht weiter darauf einzugehen also wie das ist genau dasselbe wie beim e10 dann haben wir hier unsere kette einmal also das ist schon die breite von der panther kette also da kann mir jemand sagen was er will wir haben jetzt ist übrigens mehrmals da und also das ist schon definitiv breite von der panther kette sie sieht zwar nicht zu 100 prozent aus wie eine panther kette aber eben das könnte vielleicht ja im weiteren verlauf der zeit die nächste panther kette vielleicht gewesen geworden gewesen wären wie auch immer auf jeden fall haben wir hier schön dargestellt die eisgreifer also diese metallstege hier in der mitte von der kette die wir hier schön sehen können da sehen wir sie und das ist eine panther kette da braucht mir keiner was zu sagen und dementsprechend auf der anderen seite haben wir hier okay haben wir hier ein paar leichte auswurf marken die aber nicht stören ansonsten ist die kette super in ordnung hat auch dürfte auch eigentlich relativ leicht zusammenzubauen sein muss man hat eben heraus trennen versäubern und dann setzt man diese kette stück für stück zusammen macht dann kleber drauf wartet ein bisschen und dann kann man sie wunderbar ums laufer rumziehen wie ist bei mir in der playlist in den tipps und tricks mit bei da zeige ich euch wie man so eine einziglieder kette wunderbar zusammenbaut ohne stress und mit aller ruhe der welt das einzige was hat eben bei so einer kette eben immer ein bisschen stört ist halt eben das heraus trennen und das putzen der kette aber das ist nicht so schlimm dann haben wir hier noch mal wie ich ja schon gesagt habe eine vinyl kette die dann halt nicht so 100 prozent detail getreu ist wie die andere kette wie die einziglieder kette dann hätten wir hier nämlich an der seite hätten wir noch ein paar aussparungen gehabt hier ist es einfach so ein meiner meinung nach so ein bisschen schnell zusammen geknallt die form und ja es ist er halt eben die alternative zur einziglieder kette aus plastik aber wer möchte kann die nehmen sie ist relativ weich und also sie ist nicht zu störrisch wie einige vinyl ketten von italeri sie ist aber auch nicht so weich wie einige vinyl ketten von revel also da denke ich mal werde die keine probleme haben aber eben eine einziglieder kette aus plastik sieht dann halt eben besser aus weil man ja eben auch noch ein bisschen durchhang machen möchte was man bei einer vinyl kette nicht so gut hinbekommt man bekommt es hin aber nicht so gut dann haben wir hier unsere pe teile wir haben hier unsere lüftungsgitter die einfach bei einem normalen panzer bausatz mit dazugehören mittlerweile und dann haben wir hier noch mal vorne die schutzbleche und hier müssen dann halt eben einen weichen untergrund nehmen und dann mit einer kugel von einem kugelschreiber also mit der mine hier ein paar mal hin und her fahren und dann haben wir eben auch diese schöne struktur mit dabei so eine leicht ründliche struktur ok ja mehr pe teile gibt es nicht ist auch in ordnung denn das macht diesen panzer auch relativ anfänger freundlich da wird man nicht gleich mit pe teilen erschlagen gut dann haben wir hier unseren sehr sporadischen ja dickel satz mit zahlen von 0 bis 9 wir haben zwei balken kreuze mit dabei und das war es aber ansonsten seht ihr ja sind sie randscharf auch gedruckt ja das war es auch schon mit dem e 25 also auch ein relativ kleiner panzer aber ich denke mal er wird sehr viel spaß machen den zu bauen und für technik freaks die sich dann halt eben dem panzerbau so ein bisschen mal angucken wollen was die geschichte des panzerbaus angeht und was dann die weitere entwicklung gewesen wäre der würde um die serie nicht dabei herum kommen und da fehlt auf jeden fall dann dürfte auf jeden fall auch nicht fehlen der e 25 panzer ok link zu scale mails ist unten auch mit drin in der beschreibung ja der e 10 der ist in einem anderen video in einem anderen video schon mit drin weiter geht es dann mit dem e 50 und wie gesagt lasst daumen hoch da und ein abo wenn ihr es noch nicht habt denn wenn ihr dann ein abo habt verpasst ihr nicht dann die nächsten videos wie zum beispiel e 50 und e 100 dann ok alles klar dann bis zum nächsten mal